Spielst du mit dem Gedanke, dir einen Raspberry Pi oder auch Mini-PC zu kaufen, weißt aber noch nicht so genau, welcher für dein Projekt der richtige ist? In diesem Video gebe ich dir ein paar Tipps und Überlegungen, wie du die optimale Plattform zur Realisierung deiner Ideen und Projekte findest. Der erste und wichtigste Schritt sollte sein, dass du dir ein paar Gedanken darüber machst, welches Problem möchtest du lösen oder welches Projekt soll umgesetzt werden. Denn abhängig davon eignen sich manche Plattformen und auch PiS besser als andere. Gerade wenn es in Richtung Basteln geht, hast du vielleicht noch gar kein konkretes Projekt oder Ziel, sondern eher so eine grobe Richtung, zum Beispiel, ich möchte was mit Sensoren machen, die ansteuern und mich da eben mehr mit beschäftigen. Auch das ist vollkommen okay, du brauchst keinen zehnseitigen Projektplan vorliegen haben. Zumindest eine grobe Richtung sollte schon da sein, wie beim Autokauf musst du ja überlegen, soll es ein Kleinwagen sein oder möchte ich größere Sachen transportieren, dann zum Beispiel ein Sprinter. Um die Dimension geht es hier auch. Sobald du Elektronik direkt ansteuern möchtest, sind GPIO-Pins notwendig. Damit kann man zum Beispiel LEDs ein- und ausschalten, aber auch Sensoren abfragen, sowie diverse andere Komponenten steuern. In Kombination entsteht daraus eine Schaltung, die du Raspberry Pi mit Software kontrollieren kann, entweder mit Fertiger oder Selbstgeschriebener. Mit seiner 40-Pin-GPIO-Leiste hat der Raspberry Pi hier ganz klar eine Stärke. Einige Pins bieten auch mit einer Doppelbelegung verschiedene Bussysteme, wie I2C oder SPI. Gerade die lassen sich auch mit diversen USB-Adaptern an jedem PC nachrüsten. Je nach Vorhaben kann das aber Nachteile mit sich bringen. In jedem Falle sollte man sich hier über die Softwareunterstützung informieren und dabei auch so Themen wie den Stromverbrauch bedenken. Wenn ich ja zum Beispiel einen älteren PC mit so einem Adapter nutze, dann verbraucht er ja Strom nur, um Sensordaten einzusammeln und ist vielleicht auch von der Größe her nicht ganz so für mein Projekt passend. Es gibt auch noch Alternative einen Platin-Computer, teilweise sogar mit dem gleichen GPIO-Anschluss wie beim Raspberry Pi. Hier ist oft die Softwareunterstützung der Knackpunkt. Tendenziell kann man sagen, wenn es in Richtung Elektronik gehen soll, ist vor allem für Einsteiger ein Raspberry Pi eine sehr interessante Plattform, zu der es auch viel Material gibt, sowohl Software als eben auch passende Hardware. Ein Grund, warum der Pi oft als Miniserver eingesetzt wird, ist sein geringer Stromverbrauch. Es gibt zwar auch sparsame x86 PCs, aber gerade im 24-7-Betrieb sollte man bedenken, dass zum Beispiel nur 5 Watt mehr Verbrauch bei 40 Cent pro Kilowattstunde aufs Jahr gerechnet 17,52 Euro mehr kosten. Deswegen kann sich hier ein Kauf von neuer Hardware auch lohnen, obwohl man noch einen alten PC im Keller hat, der aber ein Vielfaches von dem verbraucht, was eben so ein kleiner Computer benötigt. Natürlich hat der Raspberry Pi dafür auch vergleichsweise wenig Leistung, selbst die neueren Modelle wie 4 und 5, da gibt es etliche PCs, die wesentlich mehr Dampf haben. Aber gerade für so Serverdienste in einem durchschnittlichen Heimserverumfeld, da reicht das meistens, weil man zum einen nicht zu viele Dienste hat und die auch relativ wenig Last haben, weil bloß eine Handvoll Nutzer darauf zugreift. Den größten Nachteil hat der Pi hier wahrscheinlich beim Speicher. Bis zum Raspberry Pi 4 blieben nur externe USB-Festplatten. Der Raspberry Pi 5 rüstet PC Express und damit M.2 nach. Das ist schon mal besser und reicht gerade für kleinere Dateimengen auch aus, aber wer zum Beispiel ein größeres NAS mit mehreren Terabyte und RAID betreiben möchte, der ist hier nicht so optimal beraten. Hier bieten sparsame x86-Boards wesentlich mehr Möglichkeiten, per SATA alle Festplatten, auch 3,5 Zoll, anzuschließen. Und auch einige Mini-PCs, wie zum Beispiel Lenovo Tiny, haben den Vorteil, dass man dort eine M.2 SSD plus eine 2,5 Zoll Festplatte verbauen kann. Wer keinen RAID braucht, dem reicht das vielleicht als kleines NAS. Und die Mini-PCs können auch preislich attraktiv sein. Sie sind teilweise sogar günstiger wie ein kompletter Raspberry Pi, wenn man hier das gesamte Zubehör, das man mindestens braucht, also Netzteil, Speicherkarte und so weiter, noch mit einberechnet. Während es bei Servern darauf ankommt, ist die Lage bei Desktop-Systemen schon eindeutiger. Das heißt, wir reden hier von Systemen, die man alltäglich benutzt, zum Surfen im Web, Mails lesen, Videos angucken und je nach Person noch weitere Dinge, was man so alltäglich am Computer tut. Ab dem Raspberry Pi 4 taugt er als rudimentäres Desktop-System. Das ist aber schon spürbar langsamer. Alleine beim Surfen merkt man, wie es immer wieder ein paar Sekunden dauert, bis die Seiten angezeigt werden, weil hier die begrenzte Leistung vom Raspberry Pi an seine Grenzen stößt. Wesentlich besser schneiden hier verschiedene PCs und Mini-PCs ab. Vor allem die Mini-PCs brauchen ebenfalls nicht ganz so viel Strom. Das fällt jetzt zwar nicht so ins Gewicht, weil man den Computer ja im Regelfall nicht 24-7 nutzt, aber ich würde es trotzdem berücksichtigen, auf Dauer macht es eben doch was aus. Selbst wenn man mit den Mini-PCs auf einen ähnlichen Preis wie bei Raspberry Pi mit Zubehör kommt, die haben meistens deutlich mehr Leistung und bei der Desktop-Nutzung mit Desktop-Umgebungen merkt man das halt schon spürbar, dass das alles wesentlich besser läuft und man auch mehr Reserve für die Zukunft hat. Außerdem kann man die im Regelfall noch erweitern, zum Beispiel mehr Arbeitsspeicher, wenn ihr merkt in ein, zwei Jahren, dass ihr da ein bisschen mehr braucht. Der Pi schneidet besser bei Dingen ab, die wenig Leistung erfordern, zum Beispiel als Terminal-Client, wenn ihr geschäftlich Citrix Workspace verwendet und daheim eben im Homeoffice mit dem darauf arbeiten möchtet. Bei der Software gibt es einen wichtigen Unterschied, den du wissen und beachten solltest. Auf PCs und Notebooks dominiert schon seit Jahrzehnten die x86-Prozessor-Architektur. Beim Raspberry Pi dagegen nicht, dort kommt die ARM-Architektur zum Einsatz, die ist vor allem bei Smartphones verbreitet, weil sie gerade im Leerlauf deutlich weniger Energie verbraucht und damit den Akku schont. Deine Software muss also im besten Falle ARM unterstützen und entsprechende Binärdateien oder Pakete anbieten. Bei Open-Source-Programmen könnte man dann noch selber kompilieren oder die Community hilft dir dabei. Gerade bei proprietärer Software, da ist aber Vorsicht geboten, wenn die kein Linux auf ARM unterstützt, dann wirst du die wahrscheinlich nicht dort zum Laufen bekommen. Tendenziell unterstützen immer mehr Programme ARM und bei denen, die es nicht tun, da gibt es in der GNU-Linux-Welt oft Alternativen, aber gerade bei proprietären Spielsaubern zum Beispiel nicht immer, daher solltest du vorher prüfen, ob das möglich ist. Gerade wenn du von Windows kommst, solltest du wissen, man kann zwar mit diversen Tricks und Hacks Windows 10 und 11 auf einem Raspberry Pi installieren, das ist aber von den Microsoft-Lizenzen her, ich sag mal, kompliziert und es läuft nicht wirklich gut, weil das Betriebssystem einfach viel zu ineffizient ist für so ein kleines System. Wenn du zwingend Windows brauchst, dann nimm lieber eine größere Maschine, ein Mini-PC zum Beispiel, virtualisiere gegebenenfalls und nutze das dort. Sollte deine Entscheidung nun mehr Richtung Raspberry Pi tendieren, dann gibt es auch hier einiges an Auswahl. Zum einen die vollwertigen normalen Modelle, also die großen, wie man sie kennt im Checkkartenformat, dort gibt es immer das aktuellste sowie mehrere Vormodelle, die älter sind. Ende November 2023 ist zum Beispiel der Raspberry Pi 5 frisch erschienen. Er hat einen stärkeren Prozessor und auch die Schreib- und Leseleistung hat sich deutlich erhöht. Davon profitieren auch extern angeschlossene USB-Geräte, wie zum Beispiel Festplatten oder SSDs. Aber nicht jeder braucht auch diese höhere Geschwindigkeit. Wer zum Beispiel Sensoren ansteuern möchte, der kann dafür auch genauso gut den Vorgänger Raspberry Pi 4 nehmen oder sogar einen älteren Dreier. Die brauchen zudem weniger Energie und auch die Zero-Reihe ist einen Blick wert. Das sind noch kleinere PIs, die haben etwas weniger Leistung, dafür verbrauchen sie aber auch weniger Energie und sind gerade, wenn man die irgendwo an der Powerbank oder so betreiben möchte, sehr sinnvoll. Eventuell reicht auch der Pico Mikrocontroller, dort hat man aber kein vollwertiges Linux, daher ist er nicht so universell einsetzbar wie Raspberry Pi und Raspberry Pi Zero. In jedem Falle haben diese kleineren und älteren Modelle den Vorteil, preisgünstiger zu sein. Bei Knappheit sind sie zudem oft noch verfügbar und damit eine Möglichkeit, um Wartezeiten zu vermeiden. Zum brandaktuellen Raspberry Pi 5 habe ich übrigens schon einige Videos gemacht, die findest du hier an der Seite. Solltest du vor dem Kauf noch Fragen offen haben, dann schreibe es gerne zu uns auf uLabs.de ins Forum oder in die Kommentare und wir versuchen das zu klären. Viel Erfolg bei deinen Projekten, tschüss, bis zum nächsten Mal.